Die Top 5 Müsli Becher To Go Produkte, unsere Empfehlungen Ich habe mir den Milo Müsli Becher To Go mit Gravur gekauft und ich bin wirklich begeistert davon. Der isolierte Edelstahl-Joghurtbecher hält mein Müsli oder Porridge lange warm oder kalt. Der Becher ist auslaufsicher und ich muss mir keine Gedanken darüber machen, dass in meiner Tasche etwas ausläuft. Die Gravur auf dem Becher ist sehr individuell und macht den Becher zu einem echten Hingucker. Der beiliegende Löffel ist sehr praktisch und man kann ihn einfach im Deckel verstauen. Ich kann den Milo Müsli Becher To Go jedem empfehlen, der gerne sein Müsli oder Porridge unterwegs genießen möchte. Ich liebe meinen Lunchbot Ellipse Nordic Grün. Der 500 ml Becher ist groß genug für mein Lieblings-Müsli mit Joghurt und Obst. Das Design in Nordic Grün ist ansprechend und passt perfekt zu meiner Küchenausstattung. Was ich besonders toll finde, ist, dass der Lunchbot sowohl in der Mikrowelle als auch im Tiefkühler verwendet werden kann und auch spülmaschinenfest ist. Das erleichtert die Reinigung erheblich. Alles in allem ein praktischer und schöner Begleiter für unterwegs oder im Büro. Ich bin sehr zufrieden mit dem Gyms Store 2 in 1 Müsli Becher To Go. Ich nutze ihn täglich für mein Frühstück und er ist sehr praktisch und handlich. Der Joghurt Becher To Go Kinder ist perfekt für meine Tochter und das Müsli To Go Becher ist ideal für unterwegs. Der Becher ist auch für den Gefrierschrank, Mikrowelle und Geschirrspüler geeignet. Die denimblaue Farbe sieht sehr stylisch aus und die Größen von 560 ml und 310 ml sind genau richtig für mich. Insgesamt ein großartiges Produkt und ich kann es nur weiterempfehlen. Ich habe den Milu Thermo Behälter in der Größe 650 ml gekauft und bin sehr zufrieden damit. Das Essen bleibt schön warm und das Behältnis lässt sich einfach reinigen. Die Größe ist perfekt für eine warme Mahlzeit zum Mittagessen oder für einen Snack unterwegs. Besonders gut gefällt mir das schlichte Design in Grau und das Edelstahlmaterial. Der Behälter ist auch als Baby-Nahrungsbehälter geeignet, was für mich sehr praktisch ist. Ich kann den Milu Thermo Behälter definitiv empfehlen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Connings Müsli Becher to go. Der Essensbehälter ist perfekt für frische Mahlzeiten, wenn ich unterwegs bin. Der Becher ist auslaufsicher und hat zwei Trennfächer für Joghurt und Müsli. Der Becher ist vielseitig einsetzbar und ich verwende ihn oft für die Arbeit, die Schule oder den Kindergarten. Das Pink ist eine schöne Farbe und der Becher sieht sehr stylisch aus. Ich kann den Müsli Becher to go jedem empfehlen, der unterwegs eine gesunde Mahlzeit genießen möchte. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.